Steig jetzt ein! Der NVS, der Nahverkehr Schwerin, sucht Bus- oder Bahnfahrerinnen und Bus- und Bahnfahrer. Ein anspruchsvoller und fair bezahlter Job bei einem der größten Unternehmen der Region wartet auf dich. Moderne Technik, umfangreiche soziale Leistungen und ein 240-Menschen-starkes Team. Damit bist du gleich ab dem ersten Tag in deinem Element. Als zukunftsorientierter Kommunalbetrieb mit einer 110-jährigen Geschichte wird die NVS immer an deiner Seite stehen. Rund 16,5 Millionen Fahrgäste jährlich. 30 Straßenbahnen, 40 Omnibusse. Steig jetzt ein!